Wir sind hier jetzt mega gut angekommen, alle Busse sind da, alle Kinder sind hier, haben jetzt hier gegessen, haben mega schönes Wetter, es ist schön warm und freuen uns auf die zwei Wochen mit den Kindern. Hallo, wir sind hier jetzt gut auf dem Platz angekommen und ich freue mich, dass ich euch jetzt mal zwei Wochen sehe. Ja, moin, ich bin der Luca, ich bin toll. Wir sind alle gut angekommen in Offendorf, eben vor ein paar Stunden sind wir mit den Bussen hier aufs große Feld gefahren, haben uns erstmal ein bisschen geordnet und nach den EGs geordnet. Hallo Mama! Wir sind gerade schon angekommen, haben gegessen, haben einen tollen Betreuer und Mitleute in der EG. Und jetzt haben wir kurz Pause und wir können jetzt tun, was wir wollen. Hallo, ich bin hier aus Offendorf und bin bis jetzt heil angekommen. Ich hoffe, du siehst dich, Mama. Ja, ich bin erfolgreich angekommen, ich bin mit meinen Freunden in eine EG gekommen, wie ich es wollte und das Wetter ist bis jetzt super spitzig. Wie der Himmel abme, hier schafft man sich wieder. Lass uns losgehen, durch den Plan weg, wenn ich hochsehe, spür ich, wie der Himmel abme. Es kann losgehen, den Norden um uns wartet, wo das Leben...